Trimmiges Aussehen sorgt nichts. Die georgischen Sicherheitskräfte in Parkesital greifen nicht durch. So der Vorwurf der Russen. In den Wäldern an der Grenze zum russischen Bürgerkriegsgebiet Tschetschenien könnten sich Rebellen auch weiterhin unbestimmt bewähren. Wenn sich das nicht ändert, wollen die Russen militärisch in Georgien eingreifen. Die Regierung der Kaukasusrepublik und die Einwohner des Pankesitals sind absolut gegen jede russische Einmischung. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Wir werden selbst hier mit uns fertig. Wir wollen hier keine Russen. Die haben bei uns nichts zu suchen. So denkt auch die georgische Armee. Sie sagen, ein militärisches Eingreifen der Russen käme einer Kriegserklärung gleich. Reugen und seine Probleme selbst.